Sorry für den Disconnect. Heute hatte ich wieder ein Gespräch mit meinem Provider. Also ich habe oberste Priorität, haben sie immer gesagt. Also der Techniker meldet sich, haben sie immer gesagt. Aber sie haben das Jahr so hart geschafft und sie vermuten, dass sie den Rest vom Jahr Urlaub machen. Also wird es dieses Jahr mit dem besseren Internet definitiv nichts. Aber sie sind guter Dinge, dass das nächstes Jahr dann bestimmt ganz schnell irgendwas gemacht wird. Ja, also sie sind guter Dinge, also Apropos guter Dinge. Das hier ist das Tor, also 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 Now On So 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 Gut, das geht nicht, aber das ist nicht schlimm. Normalerweise müsste ich jetzt schneller Da war ich Oh Ne, da wollte ich nicht hin Da wollte ich nicht hin Da wollte ich nicht hin Na Und concentrer Am Oh Ich Das ist ein Problem, der hier in der Nähe. Das ist ein Problem, der hier in der Nähe. Das war klein vorgeschlagen. Das war klein vorgeschlagen. Das war nicht bereit. Das war nicht bereit. Das werde ich nicht überlegen. Das war's für heute. Das war's für heute. 5, 2, 3, 4, 5. Ja, das sieht schon besser aus. So, damit kann ich leben. Ich kehre in die Stadt zurück. So. 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 So, was wollte ich? So. 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 Gut. Äh, da muss Kälte drauf. So. 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 Wie oft hatte ich schon Feuer. Vier mal fünf mal sechs mal nicht einmal kälte. Sechs mal. So. 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 Wie oft hatte ich schon Feuer 4, 5, 6 Mal nicht einmal Kälte. Ah, na, also geht er. Gut. So. 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 Was ist das? Ich mache die erste. Das war's für dich. Da ist schon mal aufgefallen, dass ich, wenn ich konzentriert bin, da muss ich ab alle... Das ist schon... Das ist mir mal aufgefallen, wo ich... Ich gucke ja meistens oft noch mal selbst. Persegucken, ob was Schiefgang ist oder vielleicht auch Verbesserungen und so. Und da ist mir mal aufgefallen, wenn ich wirklich konzentriert bin, hab ich gemufft. Hallo. VEP Brunnen, wunderbar. Oh oh... Drei... Drei... Du, Herr Keil... ich gehe in die stadt zurück aber der cinema mit einem kleinen bisschen umbauen rucki zucki viel schnellere zeite das mache ich oft nicht weil ich etwas zu strak bin den umbauen ich vermute wenn ich mich dort gibt es ja die gold speed farm gelungen also ich glaube wenn ich die machen wird und ich muss ich habe jetzt nur zwei sachen plänischkeit im prinzip verändert und ja wo haben wir dann halbe oh da hat man weiß ich ja und das ist hier vom spiel her ähnlich aber sie mag diablo 303 zu dunkel ist also zwar kann ich jetzt weg und dass die mitte ziel aber immer mal ehrlich alle das von ihr level das tut ja in der auge alle das ist ja wirklich zustand ich denke so gut die mischung zwischen pony level und dem hier ja Das wird nicht überleben. Das ist was, was ich gar nicht mag. Wenn der Level fertig ist, aber dann müssen wir Gegner so, irgendwo. Wo? Hallo? Weil oft müssen wir dann auf einer Ebene, wo dann keine Gegner mehr sind, dann müssen wir zwei Ebenen zurück, weil wir die Ebene vorher auch gespielt haben. Hallo? 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 Daaaak! Daaaak! ob jetzt kommt das kann man nicht weiter ich darf nicht, wenn er eh nicht geschickt fehlt hallo so geht's los was ach freakshow warte 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 ich kann dich noch nicht her so jetzt sprich hörst du mich ja jetzt ja wunderbar warum hat mich nicht gehört hallo ja du kannst mich hören ja ich hätte ich okay wie gesagt ich habe oft set set up weil ja es ist oft gut wenn du mich anstubst weil dann ploppt menü offen dann siehst du stehst leise also jetzt mal etwas ändern ja so besser ja es besser ja schatzmikro bis die neue weggeschoben ich habe spät und abgelenkt auch noch das macht schon spiel war der neue welt ja ja ich bin 60 schon man kann schon fährt dann kommt ja nichts neues mehr sicherlich sehr nützlichen gegenstand gebraucht das hatte ich dabei ich 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 komme bei Diablo 2 gar nicht mehr ins Spiel, nimm. Kommst du gar nicht mehr rein? Ja, das Problem ist, so ganz verstehe du ich jetzt nicht. Sobald ich versuche mich in sie locken, meldet der, sie waren über 30 Tage abgemeldet. Und bitte melden sie sich in ihrem Blizzard-Account an, aber eigentlich bin ich da schon drin, weil ich ja im Spiel bin, also ich bin ja nicht abgemeldet und jetzt dachte ich, gut, das ist ja schon sehr komisch und hab mich mal unten im Wohnzimmer in dem PC angemeldet, ne? Das ist das gar kein Problem. Ob ich vielleicht das A-Nummer komplett deinstallieren muss und neu installieren, also ich weiß es nicht. Hallo? Keine Ahnung. Haben die Prüfung bestanden? Keine Ahnung. Dann habe ich schon mal im Internet-Provider ne Modell von dir. Mhm. Also, äh, ich habe oberste Priorität und der Bauleiter, der meldet sich bei mir, also der hat eine E-Mail-Krieg, dass er sich bei mir meldet. Und, aber weil sie dieses Jahr so fleißig gearbeitet haben, werden sie wahrscheinlich den Rest des Jahres verlaufen machen. Und eigentlich brauche ich in diesem Jahr gar nicht mehr mit einem schnelleren Internet-Berechner. Aber nächstes Jahr ganz bestimmt ganz schnell, also ganz bestimmt, hallo. Witzig, ich könnte jetzt noch da, ne? Dann wechsle ich halt, ne? Aber, ja, hier ist nichts mit Wechsel. Hier gibt's nur eh, ne? Hahaha. Das habe ich gesehen. Dabei, und das ist noch der Knaller, ne? Äh, ich hab dir ja erzählt, mal frau, du hier auch ein Haus, ne? Zwei Straßen weiter. Dort gibt's eine andere Provider. Also dort ginge eine andere. Nur halt hier, bei mir, geht's nicht. Müssen wir doch ins Haus, meine Frau, hier. Hahaha. Wo, 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 wo. Wie fallen hier? Yeah. Ich muss zurückkehren. Ein guter Kampf. Eine neue Frise muss ich mal früh aufsteigen. Mein Frau ist zwar da, aber die muss weg. Und da muss ich auf die Kinder aufpassen. das ist also scheider nicht so lange spiele war okay übrigens die anderen diablo teilweise schon level 90 also in zwei jahren also die an 90 ja 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 das können wir jetzt auch schon wenn du möchtest und jetzt aber blöder vorschlag demnächst ist die wien und d3 rum wir werden alleweilen und sie sind finde ich doof zu spiele das macht mir gar keinen spaß und von mir aus kennen wir dann immer zwei wochen gas geben okay wenn die pokos wieso rolle ich jetzt durch schuhe kann mir das mal eben mensch erkläre aber alle wachs ich ein bisschen näher bei der cover weil ich glaube um die uhrzeit darf mir da so sein was wollte ich nicht ganz ja eigentlich anwollte ich hochlevel schnell 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 Ow! Ach du shit, ich laufe ganz falsch. Ach du shit, ich laufe. Ach du shit, ich laufe ganz falsch. Geh mal Diablo Resurrected spielen. Echt? Ja. Ah. Ah. Man muss hier spielen, muss ich was machen. Ja. Ja. Ich glaub wenn wir spielen, dann du ich mein Tod beschwöre. Hallo. Ausgrabe. Ja die spiel ich ja gerade jetzt. Ich bin äh, ich spiel jetzt meine beschwöre. Aha. Ach guck mal die Freak Show, ihr seid Diablo 2 online. Aha. 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 Geht nicht mit mir, alle besten Zeiten sind rum. Wenn ich was spiel, dann bleib ich auch dabei. Was machst du denn jetzt? Dreimal darf ich roten. Keine Ahnung. Ja. Ich erzähl dir die ganze Zeit, dass ich mich dann in Diablo 3 in Hardcore mein Hauptschar versenkt hab. Und hast du versenkt? Ja. Ja. Ich war noch richtig clever gewesen. Ich hatte 80er Jam in, 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 Inventar. Den wollte ich gerade auf die Waffe machen. Ja. 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 Ja, gut. Und ja. Jetzt spiel ich per Hardcore mehr. Ich weiß noch, ob ich hier, ob man nie da soll, aber ich glaube, diese Saison habe ich für mich Hardcore erledigt. Weil da hab ich jetzt wirklich Pipo gemütlich. Und ja, Software gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas. Ich bin doch nochmal wir jetzt nicht so zu halten. Ich kann mich nicht lieber denn sein, Be không. Du bist gut davon. Sch template für einen Rest, egal. Wer kann mich noch nicht so gut gehen? Bei uns还是 Wayne zu tunton. Oh nee, ich bin nur bei dir. Oh nein. Tok겠다 zu mir. Oh nein. Ich bin grös aqui, und jetzt nicht da für mich. Ich bin glaube ich dann für einen Spitz. Wie farnt man eigentlich in D3 rein, Paragon? Macht man da einfach Q-Rift, 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 Q-Rift bis zum Abbrechen? Äh, nein, oder Balrons. Balrons? Ja, kann man auch machen. Ja, ich meine ja nicht, was man machen kann. Ich meine, was ist effektiv, äh? Hallo? Hm, ja, was ist effektiv oder so? So, er ist beides gleich gut. Also, das ist ein bisschen, was man spielen möchte. Aha. Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. so wer weiß der sprunghaft also witzig weise wechselt gerade bei sehr oft die spiele alle ich mag ja auch ab ich spiele nicht so schön vielleicht bei der fb weise weil sie war immer mit mir immer wochen lang beispiel jeden tag 3 bis 4 aber trotzdem meistens spiele ich nur zwei spiele das ist ja oder mit dir oder nur wird ja ja gut aber die welt spiel mal ja das war mal das ist nicht so dass man das gar nicht spielen was halt bei mir weiß ob ich das problem ist ist halt der dann schon dass ich denen alle dass ich den net aber ich muss halt also weil du gesagt hast ja da muss man sich öffentliche ich hab doch jetzt wie gesagt irgendwie in der suche alle das mag ich ja so ich bin mit vielen leute zusammen das glück ist mit ihm wo ist dann jetzt ach da wie diese woche ja noch spannend hat ich bin jetzt mal also die habe ich das verstehe spielst du jetzt normal ja ich mal normal so oft bei d3 so und das war auch ich glaube ich habe die drei dort mit zwei computer kommen mit die zwei barbaren die ich habe zu letzten ende das ist mir egal ja lass mal was ich ich muss das war ich mache weil mir so dran weil ich halt sehr niedrige games habt mit dem bin ich auch noch nicht so hoch gelaufen das wäre ja also das ist wie hoch läufst du jetzt ich schlafe jetzt beziehungsweise hunderte also aber genau hunderte laufen dann nehme ich mein spiel drin bild also ich war also für mich ist jetzt ein bisschen tempo entscheidend weil halt wie gesagt ich lebele bei 30 erkennt also da machte 120er skirift kassin und ich glaube 120er wenn ich einen moment noch gar nicht schaffen nicht mit dem menschen hier nicht mit diesem menschen wie gesagt wenn wir am hauptaccount okay ist es gut werde ich es wahrscheinlich sie kriegen aber ja das ist immer das bett account also hunderte laufen wir hopp hopp ich habe auch kein nachschluss drin hier Wenn du möchtest, können wir neue Ehe zum Waldemann machen, zur Abwechslung, aber wie gesagt, wenn ich das vorher wüsste, weil wie gesagt, wenn ich da angefangen habe, mit was, ich mache nicht nur zwei Minuten, dann ein anderes Spiel, aber ich bin fast schon im Vorauswissen. So, ich mache hier Dämmel, ich mache hier Dämmel, ich mache hier Dämmel, nicht Dämmel. So, ich mache hier Dämmel. Ah, der Schnell ist sehr schön. Oh ja. ja da ist halt wohl nicht mehr Wo ich aber doch wach bin, ich mache ja immer Wallungen, ich spiele lieber mit und mit dem Nahtod, auch im Doktor, also ich sterbe kaum mit dem U8, jetzt ohne, das hat mich doch selber überrascht. Da ist er irgendwo? Äh, der ist nicht. Zurück. Das ist der andere Ebene. Ja. Ja, da ist er. Ah, da ist er. Überraschung. Ich hab schon wer gehabt, ne? Das möchtest du doch. Ja, ne, alles gut, alles gut. Schmeckt ja nett. Ist nur eine Feststellung, ist keine Kritik. Ich weiß nicht, ob jetzt der mit Schleimung wieder... ...und so schnell stimmst. Ich bin von der Kunde. Ich bin von der Kunde. Ich habe die Kunde. Ich bin von der Kunde. Ich bin von der Kunde. Ich bin von der Kunde. Das ist gut, das ist doch Das werde ich ja nicht überlegen. Ja, aber für gewaltig ist das eine Statue, das wäre jetzt nicht schön schlimm. Ach, das geht doch. Hahaha. 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 Ach, das geht doch. Ach, das geht doch. Ja, 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 das geht doch. Wo ist er? Wo? Übrigens mein Nahtod gestern, ne? Ja, auch. Also da kann man echt nur so extrem dumm gelaufen. Also da könnte man wirklich nix die Schuld geben, nix. Ich habe ein normales Rift gemacht. Ein normales, ne? Ja. Hab den Endboss getötet. Mhm. Und, äh, gut. Bei einem G-Rift ist ja, wenn der Endboss tot ist, ne? Dann kommen ja keine Gegner mehr. Normalsprache nicht, aber ein Nahtod kann es sein, ja. Alles ist übel. Auf alle Fälle, ne, es war ja normales. Also da kamen nochmal Gegner. Und ich habe das total vergessen. Und die haben mich attackiert und haben einen Nahtodprock ausgelöst. Und ich habe die dann weggeschlagen. Also die waren dann rucki zucki tot. Und der Witz ist, da kam ein Meteor vom Himmel. Es gibt doch so die Felder des Elends mit der Giftpfütze, ne? Ja. Und dann gibt es ja das als mal ein Meteor. Und da ist ein Meteor vom Himmel gefallen und hat mich kaputtgeschlagen. Jetzt weißt du auch, wie die Dinosaurier kaputt gegangen sind. Ja. Ja, genau, ja. Das war auch. Ja. 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 ich kann nicht mehr tragen habe ich das abgelehnt da habe ich habe mich doch anscheinend verglückt ja ich wüsste jetzt nicht dass ich hier auf ablehnen getriggt habe aber ich habe war hier verschrottet also ich habe hier klick 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 gemacht und ja wer ist das schraffiert weil ich wundere mich warum ist das alles schraffiert jetzt verstehe ich das warum ich bin schon durch das kann ich mir nicht leisten aber er hat weder klick 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 und hat weder in einem aber diese bild klick 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 ja so 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 Drift Guardian has found a la gut auch fertig ich bin voll ich kann das Ding gar nicht zumachen ich weiß ich bin voll Moment ich muss das mal kurz alles leer machen ich bin voll ich fühle mich stärker aber ich kriege EP cool das verstehe ich nicht ich habe EP gekriegt oh bessere Schuhe aha geht fett warte 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 was muss ich machen nein die sind nicht besser aber ich habe weniger damage auf diese also das ist eine scheiße 20% das ist viel dann bekommt man uralte und dann habe die scheiße roll drauf also also okay ich bin fertig gut ich habe höheres Park ich weiß ja wenn ich in irgendeinem spiel besser bin wie du hörst du sofort auf damit zu spielen und will ich was anderes spiele und deswegen nehme ich hier einfach mein schlechtere account dass du nicht aufhörst mit mir zu spielen aber das hat mich nicht besser zu machen wir wissen doch beide insgeheim wer der besser ist ja genau mein frau stimmt meine ja auch scheiße du hast ja recht ich bin wieder alleine auf den jetzt ist er tut ja das war meckler das war meckler ja hauptsache ich komm nützlos aber eigentlich wie gesagt ich hätte jetzt alle 100er gemacht ne alle das so mag ich aber dass ich doch immer extrem aufs sicherheit gehe also das ist viel leichter wie ich dachte ja hallo ich bin nur 110 spielst du da kriegen wir noch hin weil ich war mein games die werden ja auch höher mit ist das nicht verkehrt wenn wir später noch ein bisschen steigen haben auch schlacht irgendwas getötet hier ist ja alles voll mit ich mache nur die elite ich bin hier ich bin hier keinen zentimeter die schlagen ich doch fast tot aber ich bin hier umringt von einer herde fische ich komme und sobald ich irgendwie am leben bin ich schon unterwegs unterwegs bist du ganz zurück ja ganz zurück okay alles ist ja auch tot ok danke Ah, das kann ich durchporten. Oh, hier geht es. Jaaa... Oha? Nee, einfach so reflekt. Ich war ja echt aua, wenn nichts ist. Gut. Ah, gut. Ich kann da eben... Ich sitze hier mit einem Arsch so im Kalb. Also ich habe hier eine Flasche. Also meine Getränke sind so kalt. Die kommen aus dem Kühlschrank, Werner raus. Hallo. Aber ja... Dabei die ganze Zeit hat wirklich... Also die Computer heizen den Raum... Uff, hallo. Aber eben... Ja. Jetzt nehme ich sie. Aber jetzt ist es doch zu kalt. Ja. 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 Geht kaputt. Das Juggernaut ist englisch. Verbrecher. Äh? Was? Ist Juggernaut das englische Verbrecher? Ja. Weil bei mir ist eine Brecher. Ja. Ah. Ich habe keinen Cooldown. Ja. Na, das liegt dran ist das doch auch nicht. Also das ist eher... Nein, nein, nein. Das ist ein Juggernaut. Also das ist normal. Ja. Und wenn ich hier permanent sterbe, dann ist das Steine hochlevel... ...und dann wird es wieder schlecht. Alles gut. So. Jetzt kann ich durchbauen. Jawohl. Ach so exakt. Du kennt die Blau irgendwo da, genie ich... Das ist immer weg, ey. Wo ist er? Ich bin da irgendwo. Ich bin immer weggebohrt. Das werden wir nicht überleben. Das werden wir nicht überleben. Ich bin stärker geworden. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das war's für heute. Ich muss reparieren. Die große Mocke hat so viele Fische an. Ja. Ich brauche auch um. Auf Speedfarmer brauche ich 100 Trainer gar nicht zu gehen. Hallo. Ja. Ich bin kaputt. Ich kann nicht fighten und sobald ich lebendig bin, bin ich sofort tot. Also ich bin hier jetzt im Moment gar nicht spielfähig, gar nicht. Bisschen niedrig oder? Viel niedriger. Ja. Dann gehen wir gleich wieder wunderbar. Wie gesagt, wir können auch hergehen. Aber wenn man Gems aufs Minimum 50, 60 sind... Hallo. Ich habe 30er steht drin. Wie hoch denkst du, dass meine Steine sind? Die sind doch nicht 100. Echt? Ja. Kannst du wieder spielen? Ja, nein. Ich muss jetzt erst fighten. Ich bin nämlich total kaputt. Deswegen bin ich hier so fast tot. Hallo. Oh, Legspike. Echt? Ja, ja. Aber ich lebe noch. Sehr gut. Die übrigen Zeit hatte ich... Ach, Merle. Hallo. So, äh... Nun hat er aber einen Disconnect gehabt. Aber ja... Das ist ja bei mir nicht sehr weit. Ich habe hier jetzt aufgesticht. Äh... Hier kann nichts machen. So, jetzt hast du... Blöde. Ne, ich habe doch einen Schrein. Ja, ich habe einen Schrein wieder geholfen. Ich bin nämlich. Ah, ja. Disco bowling. Ja. Wow, da sind viele, äh, leser da. Ja. Ja, da sind nicht zu viele Und ein Juggernaut also, jawohl Na gut, aber dann weiter Oh, das sind doppelt, waren doppelt Und ein Aber wir machen einen Das war nur ein Todesmach Wo ist das? Das war doch nur, oder? Au Schreien Besser gemacht, hä? Besser gemacht Habe ich gut gemacht Aber es gibt eine gute Nachricht, also das Maximum vom Wiederauferstehen ist 30 Sekunden und die habe ich jetzt gleich, das heißt, wenn ich noch viel öfter sterbe, dauert es nicht mehr länger, also dann ist es... Hahahaha Ach, Gott Unfassbar, zu was beim Optimist ich gewappt bin, ne? Ein Pessimist hätte jetzt gesagt, Scheiße, ich leide nur im Dreck, macht überhaupt kein Damage, kann nix aufleveln, weil mir mal ganze Level abflöten gehen, dass ich das perma... Ne, das hätte jetzt ein Pessimist gesagt, ne? Ich sah Optimist, wenn ich jetzt noch öfter starte, dann wäre die Zeit nimmer länger, also... Ah, ich hab vergessen erwähnen, wir brauchen die maximale Zeit, weil wir überhaupt nix killen, ne? Das hätte jetzt ein Pessimist gesagt, also, wir brauchen für Edgiriff dreimal so lang, ja. Dreimal so lang und nur die Hälfte an Aufwertungen. Oh, ne, ich hab maximal. Ja, ich hab A-Maximum, dafür kann ich mehr viel grafen bei 3 aber mehr XP hast du viel mehr wie 3 Äh, pfff, die XP kann ich bloße, also, die hab ich auch nicht so viel wie jetzt. Äh, wie gesagt, und, äh, auf die kann ich verzichten, weil wenn die Games over sind, dann mach ich viel mehr XP, also, äh... Ja, aber jetzt bekommen wir bessere Items. Hahaha! Nichts, 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 nichts. Wie lang spielst du mit mir? Nichts, nichts, nichts. Seit, seit 2 Stunden? Ich glaube, jeder, der jemals mit mir gespielt hat, weiß, dass bei mir nur Schrott fällt, also, egal wie hoch ich spiele, also, äh... Da fällt ein besseres Bier, der war gut, der war gut, ja... Ich kann dir gerne mal zeigen, was bei mir gefallen ist, da kriege ich Pipi in die Aue. Bei mir gar nichts, weil... Ja, ja... Okay, mit 2 Asche, 2 Uralt... Obwohl, was denn die Schlange, wenn jetzt wirklich was Gutes gefallen wäre, bei... Warte mal, ich gucke mal, gucke mal... Ne, nur Dreck, also wirklich nur Dreck. Trägt euch mal weg. Ja. Nur Dreck. Ach, warum geht denn das jetzt nicht? Ach, steil mir doch den Buckel raus und mach, was der solltch. Meine Fresse. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Und du hast auch nicht angehen. Ja. Weil ich voll bin mit Schrott. Mit nutzlosem Schrott, den ich Schmerzen brauchen kann. So, jetzt können wir... Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie auf die Schiss steckt. Ich hab nämlich immer noch mal die Spielstellung drin, noch nicht mal. Ich hab nämlich mal die Spielstellung drin, noch nicht mal die Spielstellung drin. Hä? Das soll die Stimme jetzt tun? Ja. Ja? Weil du kannst doch halt durch Wendebreite und... Nein, man kann nur... Die 50 Sekunden Cooldown bekommt man nur, wenn man die ganze Gruppe getötet hat. Sonst geht's nicht. Ah, heilgut. Auf. So, wäre ein Level ab am Arsch. Aber ich mach eh ganzes Paragon. So schlieb ich. Also, wow. Let's bike. Na? Echt? Na, das war nur so, da kann ich den Helm. Ich kann dich zwar wahrscheinlich nicht retten, aber ich kann den ein bisschen helden. Blaganschmutzlos bin ich hier jetzt nicht. Und wahr? Der. D thriver ist glücklich. Ich will! Lass dich malen Ich habe ihn nicht geholfen. Ich bin stärker geworden, das kann ich hier nicht tun. Hallo? Ja? Hallo? Wir können. Wir können! Ach so, aah! Ich mach nichts, weil ich denke, was will er jetzt von mir? Ja, das ist gut. Was ist denn da? Sippst du? Leih, jetzt bin ich da. Aber gut, ich wüsste doch, die sind extrem easy, kann ich. Okay. Au, war, war doch gar nicht, wieso bin ich in Tokestad? Geh mal gucken. Da ein kleines Monster. Was? Eine kleine. Eine kleine was, hä? Monster. Da krieg ich mich hier nicht um. Also ich bin schon an die Handgelung. Aber so extrem stabil bin ich jetzt auch nicht. Da hab ich nur ein Blauer stehe gelaufen. Du bist ein bisschen unkonzentriert. Da wär gut ich und die Uhrzeit ab. Hallo. Wieso? Ich bin müde. Oh, es kann sein, dass ich ein Blauer vielleicht sehe, aber das macht nichts. Es kostet Zeit zu machen. Ja. 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 Da ist er schon. Ja. Ich baue immer kurz. Ich baue jetzt um. Ich baue jetzt um. Ich baue jetzt um. Ich baue jetzt um. Und der Blutspieler aus. Ich baue jetzt um. Ich baue jetzt um. Mach's von die Frau ein Männchen. Ja. Transgender, aber ich nehme mal das Futsch. Ja, ne, die war, die war. Nichts, 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 nichts. Geht gut. Ja, nichts. Ja, ich nehme mal. Ja, das hört sich immer noch nicht gut an, was? Ja, das hört sich gut an. Ne, ne, ist nichts, ist Springer. Ja. Lange es keine Corona ist, ne? Aber, ja. Oder wenn eine Corona wäre und dann so abläuft. Oh, das gefällt mir. Kann ich jetzt zurückhaben? Bis bald. Kommt bald wieder. Das geht euch bestimmt gut. Ich kann nicht mehr tragen. Zwölf Milliarden Gold. Ich geb mir ein bisschen. Apropos Gold, kann man hier nicht hergeben, oder? Nein, nein. Schade. Ja. Das geht hier nicht. Ich hab nur eine Milliarde. Ich geh mal einen anderen Charm nehmen. Oh weh. Oh weh. Warte mal, ich komme gleich bitte. Es ist bei dir meistens nicht gut. Keine Ahnung. Lass mal sehen, was hab ich alles. Ein Demon Hunter auf Hardcore. Ein Wittstock da auf Hardcore. Noch ein Demon. Ich habe zwei Demon Hunters auf Hardcore. What the fuck? Ach weh und sein Spiel. Ja. Weil ich ja immer gesagt hab, du sollst ihn ja machen. Papa. Der Führer hab ich auf Normal. Mhm. Keine Ahnung, was da laufen kann. Ich nehm ihn mal. Sein, dass er richtig scheiße ist. Oh, ich glaube der ist richtig scheiße, ja. Oh ja. Der ist richtig scheiße. Oh ja. Der ist richtig scheiße. Ja. Na mal. Oh ja, ich bin nicht so. So kennen wir. Ja wir kennen. Wunderter. Ne? Da geht's! Guck schon mein Stream! Guck dir mein Gesichtsausdruck an. also kannst du mir eine kackt schabe halle aber dann gehen wir runter also ich mache kein schaden hier ganz schwäßig deswegen mache ich jetzt noch feine darf mal überhaupt schaffen weil er da ist bei mich schon ich komme ich mal nach vorne ich weiß was ist wenn du sag ich nehme mir zum an der red ich bin total überrascht alle total aber wir schaffen das kommt die zeit ja ich bin wäre im ring vermonster ich bin doch ja ich will ja ich bin einfach also das war ein übeles idee und man ja merkt schon was ich bin der sprich der hat noch nicht mal 6 wie gesagt du kannst mir das mit dem kackt schaue weiterspiele aber dann gehen wir runter nein 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 das gehen wir nicht machen ich nehme dem morgen kein problem gleich zu du kannst direkt denn hin wie gesagt das brauche ich gar nicht zu probieren ich schaffe das nicht meine stilung ist falsch meine gänse falsch alles falsch aber leider habe ich nicht der die bonus hat alle er kann schon ein finger abzählen wie hoch die wahrscheinlichkeit ist dass ich den lehigritet also an einem finger ja das geht etwas besser ja weil ich staubend bin und liegt ach gott ja gut ja gut die ebene Der Direkt, ja optimal. Gute Ebenen. Irgendwo liegt noch etwas hier. Ja, da ist es da. Er ist gut. Er ist gut. Oh, das ist ein perfekte Damage hier. Bum, Bussi, Bussi Ja, das war etwas besser wie letzte Runde Ja, etwa Wenn du mir Klee bist, ja? Bisschen Klein 12, 13 Das ist schon kraft, wie viel mehr E.P. gibt, wenn der im Spiel steht, also Ah ja, wenn man die niedrigste Level hat, dann bekommt man mehr E.P. wie die resten Ja Stimmt 1 0 80 22 24 45 os Okay. 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 I don't know. Oh. Oh. Okay. Ich muss gerade verschrotten und Blutsplitte und ja und alles. Soll ich mal einmal wie hoch zu laufen auf dem Java, sonst mag ich eine Runde mit meinem Damage-Bild und dann kannst du viel mehr Blutsplitte. Ich brauche keine Blutsplitte, aber was Mensch? Ich weiß gar nicht, was du Mensch. Bist du voll mit Items oder? Mit beidem, ich bin voll mit Items. War ich schon? Ja. So, wie schnell. Wie gesagt, normales kann man immer in Schiebe, also das. So, daran soll es nicht scheiden. Ja, bin gleich bereit. Dann weitergehe. In einer achten Minute gehe ich, äh, Zigaret, da weißt du das. All gut, mach das. Wieso in achten Minute hast du? Hm? Wieso in achten Minute? Wie komme ich auf die Zahl? Alle, da gibt's das jetzt nicht genau. Das ist ja praktisch ja los. Das ist genau zwei Uhr. Ah, gut. Ey, hallo, ich bin da nicht raus, die saa so bei mir ist da so. Ich bin... Ich bin... Das ist mit alles, mit Volume, mit, ähm, ähm, so für ein Volumen muss bei mir immer, der Volumenknopf muss immer auf zwei, vier Ebene Zahn stehen. Ja. Sonst werde ich verrückt. Wirklich, das kann ich nicht haben. Beide war schlagig, war auch lang so, dass ich alles nur die Uhr alles, also, äh... Und dann hatte ich immer zeitlang keine Uhr an. Ey, das war die Hölle. Also, wenn du so die Uhr fixiert bist, ne? Und dann kannst du nicht gucken, wie spät es ist. Ey, das ist die Hölle. Also, mittlerweile hab ich wieder eh nie, aber ich versuch trotzdem, äh... Kein Sklave meiner Uhr zu sein. Belingt mir nicht immer, aber, ja. Sucker. Übrigens, ich hatte schon Angst gehabt, dass mir nächsten Siegen keinen mehr haben, der D3 spielt, weil wir viele mit dem Diablo 2 angefangen haben. Mhm. Aber ich hab... Also, es sind noch ein paar, die gar kein Diablo 2 haben. Und die werden auch noch freier Spiele. Also, alle... Alleine sind wir nicht. Kann halt sein, dass wir ein paar Light weniger sind wie normal. Ja, lass das ganz einfach, äh, sein. Wenn Lighter kommt, also, auf Diablo 2 Resort, dann geh ich das spät. Echt? Ja, sicher. Aber ich dachte, im Moment ist Lighter. Nein. Nein? Nein. Ich hab' nichts. Bei dem Teamspeak an die andere Channel in gerichtet Lighter und die sind alle in dem Lighter Channel drin, hallo? Deshalb, dachte ich, das wäre so, dass das normal ist, hallo? Nein, 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 nein. Jetzt ist noch ein normales Spiel in Diablo 2 zurück. Aha. Project Diablo ist cool. Wir machen die Necromancer, die Pets, dass die auch Bogen schützen können. Aha, cool. Ja. Aber da gab es doch Arme so viel. Nicht das alle. Nein, Blasrohr. Blasrohr haben die geschossen. Nicht alle, aber ein paar. Nein, das ist ein Diablo 3, aber nicht ein 2. Stimmt, du hast recht. Das sind 3, du hast recht. Schmerz. Schmerz. Was ist da? Oh Gott. Da ist ein Lichtstein. Ich könnte da weiter drücken. Jetzt kann ich bohren. Da ist ein Lichtstein. Das ist gut. Wärme-Shield. Ah, gut. Der hast du angezückt. Da ist er ja. Mach ihn kaputt? Klar, ich werde aufleeren. So. Oh, 12 Minuten ist gut. Da können wir mit leben, Junge. Jawohl. Das geht auch besser. Äh, ich bin bereits voll. Du hast noch eine Minute. Ach so. Ah ne, dann machen wir noch eins. Das kriegen wir hier. Nein, nein, das geht nicht. Ah ja, dann musst du dich halt mal ein bisschen anstrengen. Ja, ich muss leer machen. Also, dann ist die Minute vorbei. Eieieiei, was soll ich mit dir bloß machen? Ja, gar nichts. Ich bin abgeschrieben, das weißt du jedoch. Abgeschrieben, ja. Ich habe bessere Schuhe. 190 Prozent. Aber noch immer scheiße. Was muss man sich jetzt wirklich mal... Ne, du hast ja vorhin zu mir gesagt, ne, da fällt besseres Blut. Man muss sich mal überlegen, du hast 500 Paragon Level mehr. Dein Scheiß ist voll ausgerüstet und du findest zum zweiten Mal was Besseres. Ich finde nur schlechterer Kram. Und das Zeig, was ich habe, ist schon sausch. Also, was zu finden, was noch schlechter ist, ist eine Leistung. Also, ne. Soviel zum Thema. Ja, da fällt besseres Loot. Ja. Ja, das weißt du doch. Also, viel schlechteres Loot kann bei mir gar nicht fallen. Also, das müsste in eine Negativrichtung gehen. Ich geh mal aus der Gruppe. Ich nehm den Headset mit in den Ahrensuchen. Mach das, mach das. Ich brauche ihn. Oh, wir streamen noch immer. Ja, ich streamen. Wir können später reden. Ja. Oh, ich. Jetzt muss ich leise sein. Ja, warum geh ich bei den Kindern vorbei, oder was? Ja, das ist das Scheiße. Die Legen, ich muss doch vorbei. Aha. Aha. Du bist auch, du bist ganz aus der Gruppe raus, oder was? Ja, dann hast du Beide. Na gut, dann mach ich es schwierig. So. Das haben wir 60er lang. Machen wir 70er. Machen wir ein 70er. Ne? Das ist... Was? Mach mal ein 70er. Ich verstehe kein Watt. Ich sage, mach mal ein 70er. Ich weiß nicht, ob ich 70er schaffe. Ganz ruhig. Warte. Ich habe ihn nicht mehr locker geschafft. Ich sage, ich habe 70er nicht geschafft. Ja. Ich weiß nicht, ob ich 70er schaffe. Ganz ruhig. Warte. Ach ja. Ach ja. Warte, ich tue dich nur seit Mude. Ich bin der Klinik schon. Ja, ja, ja. Ist schon klar. Ich tue dich nur Mude. Ich tue dich nur Mude. Also an die geneigten Zuschauer. Das ist das Fidel. Wenn man ein Funk hättet hat. Das kann man überall mit hinnehmen. Und wenn man dann am Livestream ist, hören auch alle, alle Geräusche, die man so von sich liebt. Ey, da darfst du froh sein, dass ich jetzt nicht nach die Nachbarin gehe, ne? Das kann man beim Livestream schicken. Warte, jetzt nicht frei, wenn sie bei mir im Livestream zu guckt. Ach, ich habe ihn aber gleitet. Ich dachte, warte ich schon, warum geht ihn da so leicht? ich habe hier unter kleidern deshalb bin ich hier rausgegangen lang geschüttelt die kleine hat morgen geburtstag nicht wie alt 22 jahre meine ich habe sie im geraten stück auf und jetzt morgen noch heute weil heute ist ja heute eigentlich heute die hat die früher auch ich liebe die ich wollte als kind ein piraten schiff von playmobil haben das ist richtig teuer das habe ich nie gesagt ja ist teuer aber weißt du was es ist da habe ich selber auch jahren mitgespielt viele jahre ich wollte das haben und welche was ich habe ein wikinger schiff bekommen alle von irgend so mein name alle aber ich kann das alle mal gut kriegt genau dieses piraten schiff das ist ja noch das geil der kriegt ja zu weihnachten kriegt der karriere bahn alle ich bin so heiß auf die karriere bahn alle ich weil er ohne witz ich glaube ich werde mit mir spielen wie mein kind ich habe mir bescheid wenn du die treppe hoch lauf weil ich dann wo das dauert noch ein bisschen das ist gut dann kann ich noch mal stehe so hoch dass der sinn macht so zu laufen wie mir laufen haben wir gespeichelt ja aber gut ja wirklich spät werde ich machen ja ich auch nicht wie gesagt ich muss neue hier raus ich muss neue kinder und trinkweise gut mit mädchen alle genau dasselbe und da muss ich steuern da muss ich auch dick sein ja 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 Okay. Schreibst du da! Und Zigarette, Hearthstone und Megatee. Aber Hearthstone hat doch geschickt. Seit wann spielst du Hearthstone mit Thone? Komm mal schauen. Machen wir deinen Thone aus. Machen wir den Thone aus. Schuf, ich bin kalt raus. Sehr schwer. Bei mir ist es sogar hier drinnen kalt. Oh, da hast du Heiz ansteigen. Hier nicht. In dem Wohnstück habe ich geheizt. Hier nicht. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die ganze Zeit haben die Computer hier warm gemacht. Aber so kalt, wie es jetzt ist, reicht. Wärme nämlich. Und ja, also jetzt habe ich den ersten Schäfer. Also die Getränke hier, die sind kälter, wie wenn sie aus dem Kühlschrank kommen. Die sind so kalt, die kannst du kaum trinken. Die sind so kalt, die sind so kalt, wie sie aus dem Kühlschrank kommen. Das war's für heute. Ich gehe in die Stadt zurück. Muss ich da noch irgendein Kommentar abgeben? Gib ihm den Bauernstuhl. Ja, sei froh, dass du mein Stream nicht guckst und dass du mein Gesicht ausdruckst nicht, ne? Das ist auch Content, wie das heißt, ne? Ähm, das ist... Ja. Ich sage jetzt besser nichts, sonst hättest du noch, ich hätte dich beleidigt. Ne? Aber du weißt ja, denke ich, was ich jetzt zu dir sagen würde, oder? Da muss man, glaube ich, gar nicht arisch kreativ sein. Das ist die zweite Zigarette, was es jetzt gibt. Aha. Alles ist möglich. Ich weiß nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Oh! I bet you get this thing! What was you do? What do you do? What do you do? meines weil kann man das auf dem handy spieler schluss 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich verleihe euch die Macht eurer Vorfahrens. Eine unreiche Entwicklung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Glück ist mit den Mutigen. Das war's für heute. 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 So, dann laufen wir mal hier. Das war's für heute. 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 Ach Gott. Das war's für heute. 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 Hey, ach komm. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Baaah, euble Aber ich mach fast B-Damage. Schade. Echt? Ja. Selbst bei Trash. Ich knüppel da ewig nicht. Oh, die Zeit, die kann nicht optimistisch stimmen. Ja, die Zeit stimmt nicht optimistisch. Achtung, ich will mich mal wieder überleben, ob ich länger wie zwei Sekunden lebe. Oh ja, doch. Doch, ich hab's nicht überleben. Ok. Das heißt, wie es mir so formuliert hat, wir sind sogar gar nicht so extrem in der Trommelzeit. Ich lach mich kaputt, wenn wir das wirklich schaffen. Hallo. Oh, oh, Arkan. Oh weh. Unwohler. Unwohler. Das ist die perfekte Kombination für mich zu töten. Ach. Jetzt wäre ein Schildschrein gut. Okay, Schildschrein. Scheiße. Aber ich bin tot. Das hat Zeit, weil ich gar nicht so schlecht auskomme. Ich bin nur ein paar Sekunden tot. Ich habe Lackspike. Ich habe keine Lackspike, aber ich bin eine halben Sekunden tot. Also ich überlebe teilweise keine Sekunden. Hier ist so ein komischer Blitzschrein und der blitzt sofort, wenn ich lebe und blitzt mich sofort tot. Wenn ich dann auf die eine Seite gehe, da sind so Zombies und die schlagen dann einmal auf mich und ja, dann bin ich auch tot. Ja. Kurs raus. Ist das nicht rein? Ne, aber er ist blau hier oben. Okay. Okay. Ow. Kalt. Kalt. Der Gelbe ist heute, den kriegen wir auch nicht. Aber die Blaue, die könnten wir schaffen. Ey toll, ich bin mit in Energie befestigt. Mal die Kugel aufheben. Ja. Der Gelbe ist vorbei. W-p-p-p-p-p-p. Hier ist einiges. Nein, das nicht. Einiges. Hier ist ein Pillow in der Eile. Nicht zu sehen, meine ich. Eine Elite, komm mal an. Wollt ihr in die? Ja, hier ist die. Ah, sind die Toten kaputt. Ja, ich jetzt auch. Vortex und Orkan und 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 und. Diese sind überall hier in die kleinen Ecke, da komme ich nicht weg. Oh, ja. auch mehr auch kaum noch kommen ja meine lieben zuschauer ich würde da das war es für heute ich hatte es zwar mit sowas aber ja ich bedanke mich trotzdem für die aufmerksamkeit wünsche euch noch einen wunderschönen tag nacht abend was auch immer war gedanke a service stop war gedanke einfach 42 war gedanke kipps willst du noch wasser ja wir schaffen das noch ja ist klar in diesem sinne wer möchte gerne bis morgen ansonsten sage ich servus